Es geht weiter mit unserer wunderbaren Reihe von Wildpflanzenporträts, heimische Wildpflanzen, die in unsere Gärten kommen sollen. Und dazu sind wir wieder an den besonderen Ort gefahren, die Gärtnerei der Alexianer in Köln, die Klostergärtnerei. Dort gibt es nämlich ein wunderbares Angebot an heimischen Wildstauden und da werden wir heute mal gucken, was gerade so blöd. Hi Susanne, ich freue mich, dass wir wieder bei dir sein dürfen und auf deine Expertise zurückgreifen dürfen mit den ganzen Wildpflanzen. Ihr habt ein großes Sortiment, jetzt blüht aber schon was, das haben wir hier im Beet. Im Moment blüht ja noch nicht so viel, aber hier ist was ganz Besonderes. Was haben wir hier? Das ist die gewöhnliche Naftviole Hesperis matronalis mit einer super tollen Blütenfarbe. Finde ich auch. Ein Eyecatcher, würde ich sagen. Absoluter Eyecatcher. Ja, total hübsch, wie so ein Fliederton. Es ist so ein Fliederton und vor allen Dingen, jetzt ist sie ja hier einzeln eingepflanzt im Rohrkubit vom letzten Jahr noch. Ist schon richtig brechtig. Aber wenn sie in Gruppen steht, also wenn noch mehrere sind, dann hat es eine super Farbwirkung. Ist einfach sehr frisch, sehr schön. Da müssen wir eigentlich mal aufklären, du sagst, die ist vom letzten Jahr, das ist also eine dauerhafte, ne? Ja, aber sie ist von bis, also ist jetzt nicht so eine ganz langlebige Pflanze, Staude, sondern eher eine kurzlebige Staude von zwei Jahren oder auch mehrere Jahre. Sie wird sich aber versamen, wenn es ihr gut geht an dem Standort. Die ist ja als Kreuzblütler verwandt mit Kohlgewächs, also praktischem Kohlgewächs, muss man sagen. Im Prinzip schon, ja. Im Prinzip schon. Gehen auch die gleichen Insekten auf die Pflanze wie auf die Kohlgewächse? Das ist wohl so, vor allen Dingen, wenn die Pflanze Raubenfutter ist. Ah, okay. Das ist sie zum Beispiel für den Aurora-Falter und auch für Weißlinge. Also darauf haben sich, also darauf sind die Raupen scharf. Jetzt haben wir von dir ja den Namen Nachtviole schon gehört. Und was hat das mit der Nacht zu tun? Das Besondere bei der Nachtviole ist, dass sie tagsüber nicht duftet, aber nachts. Das heißt, des Nachts versteht sie ihren Duft und lockt damit Nachtfalter an. Ah, das macht auch jetzt Sinn, wenn ich mir die Blüten genau angucke, denn die Blüten haben so einen langen Kelch. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, das kann man hier ganz gut sehen, dass so ein Nachtfalter, der hier landet, mit seinem langen Rüssel ganz gut tief reinkommt. Ja, reden wir mal über den... Wildbienen übrigens auch. Wildbienen. Also das ist wirklich dann ein Triple-A-Wildkraut, muss man sagen. Da ist was für die Raupen, da ist was für die Nachtfalter und Wildbienen gehen auch noch ran. Der Standort, du hast sie jetzt hier in so einem Beet. Das ist ein durchlässiger Boden, aber ich glaube, sie kann auch ganz gut ein paar Nährstoffe ab, oder? Genau, also das ist eine der wenigeren Wildpflanzen, die wir jetzt hier haben, die auch nährstoffreichen Boden brauchen. Also mehr Humus, einfach mehr Futter für sich selber, auch hier in dem Bereich. Ich habe die unterschiedlich gestaltet, wie viel abgemagert ich den Boden habe und sie braucht auf jeden Fall mehr. Deswegen passt sie auch super in ganz herkömmliches Staudenbeet. Und da kann ich noch anschließen, sie passt auch wunderbar zu Rosen. Habe ich nämlich nochmal geguckt in vielen Rosengärten, da wächst auch ganz gerne mal die Nachtviole neben den Rosen, weil sie die gleichen Standortansprüche dann hat. Und auch von der Optik, viele Rosen, also haben schon angefangen mit Lün und ja, ist auch ein schöner Kontrast, genau. Passt hervorragend. Und dann überrascht sie so im Rosenbeet, dann kommen mal hier welche und dann sind die nach zwei Jahren weg und dann kommen da welche. Das ist eigentlich eine ganz hübsche Sache. Aber sie gehen auch im halbschattigen Bereich, also sie, Hauptsache hell. Es muss aber nicht unbedingt volle Sonne sein, halbschattig geht auch. Wunderbar, also so viele Vorteile für die Nachtviole. Da haben wir aber alles gegeben. Guckt gerne mal in unsere Gardify-App, da findet ihr auch die Nachtviole. Ihr findet sie natürlich unter dem deutschen Namen Nachtviole, aber auch unter dem botanischen Namen Hesperis. Und nicht nur das, ihr findet 7000 weitere Pflanzen. Guckt euch das ganze Pflanzenporträt an und dann wisst ihr direkt, welche Standortansprüche die Pflanzen haben. Ja, vielen Dank, Susanne. Sehr gerne. Bald gibt es den nächsten Film. Ihr bleibt einfach dran. Vielleicht ist der ja schon hier oben verlinkt. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und hier ganz unten, da gibt es die Gardify-App. Von der haben wir gerade gesprochen. Ladet sie euch runter und stöbert mal in der gesamten Welt des Gartens.